Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück hier auf unserer schönen Duisburg-Kalais-Route jetzt in Calais angekommen und gleich geht es rauswärts. Ach du Scheiße, das haben wir mit dem Ansgar, mit dem Werner und mit vielen anderen Spielern. Wir haben gerade einen übelsten Rausfahrer-Dings. Werner, hier vorne kommt ein Kreisverkehr. Hier fahren wir einmal komplett, dass wir dann wieder hier auf der Straße rückwärts raus sind. Also einmal komplett rum? Einmal komplett rum und wieder zurück. Wobei sie von Fahrzeugen da gerade rausgefahren sind. Ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Kreisverkehr, sprich wir im Kreisverkehr haben Vorfahrt. Hast du mich ja gerade gesehen, ne? Ja, ich hab dich gerade gesehen, ja. Sehr schön. So Leute. Fahr, 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 fahr. Wieder das gleiche Problem. Ah, jetzt freig der LKW. Und dann am besten auf der Spur links halten, weil wir müssen dann vorne auch links abbiegen. Ich muss hier rechts rüber, weil da wollen so viele überholen schon wieder. Was ich auch vollkommen verstehen kann. Hier ist was los, auch auf der Gegenspur. Aua, und jetzt die Holländer. Gizmo 2002. Jetzt ein Glückwunsch. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, aber sonst, okay, so langsam geht's hier. Alter, die, die... Aber da kommen Leute aus meiner Steam-Freundesliste mir entgegen. Ja, das sind wir. Ach, ja, das sind wir. Ach, wo habt ihr denn jetzt gedreht? Vorne ist das Kreisverkehr. Ja, einmal so rum, dass du wieder raus kannst. Das heißt, willst du mal ne Ansage machen? Wir fahren gleich wieder zurück nach Duisburg. Den Kreisverkehr einfach nutzen, nimm zu wenden. Vielleicht steht jeder quer und will umdrehen, weißt du? Das sollten sie lieber nicht machen. So, Randy, ganz kurz. Du hast gesagt, links bleiben. Warum links bleiben? Ja, weil wir kommen dann vorne, wo wir rechts runter sind, ja? Da fahren wir jetzt gerade aus. Unter die Autobahnbrücke müssen dann links wieder auf die Autobahn zurück. Ja, logisch. Logisch, logisch, ne? Und da gehen jetzt drei Spuren. Zwei gehen gerade aus, eine geht links. Hast du auf dem Monitor, wie viel hier los ist? Ja, äh, gucken wir mal. Das sind 61 Mann. Ich wollte noch fragen, ne? Naja, aber danke der Nachfrage. Ah, okay. Der Stoßschau ist im Bild. Was ist los? Das ist ein Masern. Bin grad voll jemand innen draufgeknallt, aber volle Möhre. Ach so, nur wenn es nichts weiter ist. Einmal im vierten Gang, weißt du, und dann das. Oh, da staut sich's grad runter. Moin Jungs, wir fahren zurück. Das ist disaster. Willkommen hinterher. Randy, willst du mal Gas geben? Ja, ich bin im ersten. Ich schalte jetzt den Bergaufwärts nicht. Kannst du mal kurz anhalten? Ich möchte einfach mal sehen, was dann passiert. Und ich möchte auch mal aufholen. Na ja, wir können auf der Autobahn, können wir kurzerhand, äh, mal rechts den Fahrstreifen nutzen, ja. Okay. Hier war ganz schön, hier können wir eigentlich ganz gut rüber. Du fährst nicht hier rüber, ne? Die, die, die Auffahrt, ich bin jetzt bei 18. Ja, halt die Schnauze hinter mir. Ah! So, das Ding rollt. Ja, kann ich so nicht wiedergeben. Okay, jetzt... Nach welchen... Wie seid ihr jetzt gefahren? Ich hab ja eben... Du bist rumgedreht, ja. Ja. Die Strecke links einordnen einfach, bis du wieder zu dieser Kreuzung kommst. Ja. Da weiter unter die Brücke durch und dann links. Da hast du drei Spuren. Zwei gehen links. Und, äh, eine Spur geht rechts. Äh, Quatsch. Zwei Spuren gehen geradeaus. Richtung Brüssel, Liege. Ja, also einfach unter der Autobahnbrücke durch und dann links, ne? Da gibt's zwei Spuren, die gehen geradeaus und eine Spur, die geht links. Bist du ehrlich, dass die Leute immer noch von der Autobahn runter kommen? Ja, ja, ich weiß. Ich seh das hier. Ich steh hier vorne wieder drauf. Danke. Ach du Scheiße. Ach du Heimann. Da seh ich schon den ganzen Desaster. Auf der Autobahn. Da staunet's dich über. Ah, klasse. So, hier kommst du, Werner. Bleibst du. Geh einfach hinter mir. Ich bin der, der da blinkt. Ja. Oh Mann, es staunt sich bei der Autobahnauffahrt. Ja, wie meinst du? Stehen bleiben, oder was? Ja, hinter mir stehen bleiben, ja. Wow. Oh Gott. Oh wei, oh wei. Ansgar hat ja darum gebeten, anzahlen. Ja, ist ja gut. Mhm. Alter, was ist hier los? Ach du Scheiße. Ja, da kannst du wirklich sagen, du Scheiße. Ich glaub auch nicht, dass die alle wegen uns hier sind. Nee. Wär auch komplett überhielt, wie ich das so denken. Wir warten jetzt bis Ansgar dann die Autobahnauffahrt hochfährt. Das Problem ist halt, selbst mit der Flycam, es wird halt immer nur... Ah ja, da kommt Ansgar, sehr gut. Ich komm langsam hoch. Der Motor schreit aber. Ansgar, ich hab mal ne Frage, wie viel PS hast du? Also... Minus 30. 125. 125. 125, ja, das denke ich mit so langsam. Also, was soll denn das jetzt? Wir haben ja die besten Ägerwiss genommen für Schwabransport. Ja, nicht an da Kompetenzzweifeln. Nicht an da Kompetenzzweifeln. Genau. Da ist Ansgar, fahr, 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 fahr. Erstmal ein Päuschen machen. Ich muss mal ein Bildchen machen. Und ich muss mich mal kurz entspannen. Guck, wir hatten hier. Guck wie jetzt. Motorfehlfunktion. Jetzt geht's los. Jetzt ist es vorbei. Oh, da hat's schön geknallt. Da liegt einer und da fährt das Auto rein. Jawoll. Sehr schön. Herzlichen Glück, Strümpf. Ansgar. Hast du schon mal ne Lok von nah gesehen? Guck mal. Stopp. Admin. Admin. 686. Rowdy. Ne, wir müssen fahren doch. Fahrt mal, fahrt mal. Die ganze Auffahrt ist blockiert wegen uns. Hier ist alles blockiert. Hier geht nichts mehr. Sicher mich mal, ey. Sicher mich mal. Hupen, Finger raus, strecken, weiterfahren. Ja, ne. Warte, ich drück mal hier rein. Bist du wahnsinnig? So. Bist du wahnsinnig? Keine Rundumleuchten an. Was ist los hier? Oh, mein Anhänger. Warte. Ja, jetzt mal. So, ich bin Pro und fahr mit dem Freitag. Oh, na, hier geht es drunter und drüber. Ich häng irgendwo. Ja, du stößt ja an die Leitplanke an. Du bist viel zu... Ja, sag's, sag's ruhig. Ich bin zu breit. Ja, ich wollte es nicht so direkt sagen. Fahre nochmal frei, da ist der Türsteher. Was hat er gesagt? Wo ist hier Fernlicht? Vorne kommt ja gleich eine Ausfahrt. Die Ausfahrt heißt Bruxelles oder irgendwie sowas. Brandy? Bruxelles. Wo ist Fernlicht? K. K oder J. Ah, danke, danke. Das ist Lichthupe. Alter, mein LKW peift aus dem letzten Loch, ne? Ja, kenne ich. Und wenn ihr die Ausfahrt runter seid, gleich wieder links über die Brücke drüber. Oh mein Gott. Es fühlt sich immer so schlecht an. Vor allen Dingen, wenn man auf der Autobahn mit 25 keimt. Ja, dafür waren wir ja auf der rechten Spur, ja? Das ist richtig. Mit 25, das darf man gar nicht. Ja, es geht alles. Was wir wollen. Werner, also Werner sehe ich. Auflieger, ja? Ja, ja, ich komme dann auch in 10 Minuten. Wo ist denn Arzga hin? Ja, ja, das frag ich mich nicht auch gerade. Ja, ja, ich komme in 10 Minuten. Ich fahr jetzt gerade auf hier. Ah, ja, okay. Auf die Landstraße hin. Warum? Ich wollte gerade sagen, Daniel. Dann hätte sich nämlich der Sinn des Anhaltens schon wieder aufgehoben. Und das nicht mal 5 Minuten. Also ich höre hier, wie mein Getriebe vom Boden hinterher geschliffen wird. Ja, wie gesagt. Ich fahr jetzt gleich fix, wenn es nicht anders geht. Also gerade wenn die Protokollfunktion ist. Ah, geht schon. Ach. So, hier links jetzt, ne? Ja, genau. Links wird er über die Brücke drüber. Achtung, Leute. Ähm, hier auf der Auffahrt drängelt jemand. Ach, da drängelt jemand. Soll doch mal drängeln. Soll doch mal rankommen. Mach mal den hier, Junge. Lukas, ich bin hinter dir. Hat jemand ein paar mehr PS für mich? Das ist gut. Da muss er... Wo ist ein PSD jetzt hier? Für 9991. Hier zur kurzen Information. Mal bitte die 931 mal bitte durchlassen. Das ist einer, der möchte ein bisschen Stress haben. Okay. Da ist einer. Weiß das gerade klingt nach dem Plan, du. Wow. Wendy, weißt du? Wendy. Ja, wo sind wir? Wie kann man das jetzt hier angeben? Wir sind wieder auf Duisburg-Kalee. Richtung Duisburg. Wo Fuchs und Hände gute Nacht sagt. Hat mir ein Tor geformittelt. Passt schön. Ah, Leute. Der pure Stress hier. Das muss ich mir jetzt gerade einen Synshot machen, dass Ansgar mal einen Rechtschaffwerder gemacht hat. Ja, ich muss ja hier... Kommt ihr wieder diese heutige Zugüberkehrung? Ja, das dauert noch ein bisschen. Was? Jetzt kommt erstmal die Tankstellebrücke gehalten sind. Okay. Hier, Ansgar, wann werden morgen die Folgen online sein? Echt mal Ansgar? Wann denn? Tschechendrans. Ne, da gehört definitiv nichts zu uns. Oh, da sind wir gefangen. Oh mein Gott. Schauen wir mal. Das war Flamme. Das war Flamme? Das war Flamme? Oh. Das war Flamme, ja. Ich hau da jetzt einfach mit 70 km durch. Ist mir egal. Oh Mann. Wieder Steigung. Nö, 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 nö. Alles normal hier. Bei mir nicht. Ich weiß nicht, wo ihr schon wieder seid. Ja, wir sind jetzt Richtung Tankstelle oder so. Na gut, klar. Ja, da war ne kleine Anhöhnung. Ja, stimmt. Randy. Boah, ich bin noch so weit. Randy, bleib mal weiter rechts. Randy, bleib rechts. Ja, ich bin doch rechts. Adorat, Adorat. Willst du jetzt dich überholen, oder? Boah, ich hab so viel Schwung, Junge. Alter, da vorne kommt ne Kurve und da vorne kommt... Warte, ich schaff das. Warte. Alles gut. Ja, jetzt willst du dich ja... Ne, alter, dräng mich doch ab. Oh. Ja genau, den Keul, den Urner überholen. Ich hab Renault, Junge. Geh weg. Ey, da vorne kam gerade. Dein Lack will ich haben, ey. Oh. Erster, erster. Hurra, hurra. Weißt du überhaupt, also du bist jetzt ganz vorne? Ganz vorne. Ich fahr 97. Weißt du, wo es lang geht? Nö, ich fahr einfach... Geil. Ja, irgendwann wird's ja auch ausgeschildert sein, ne? Bis dahin kann ich einfach noch fahren. Es geht doch gerade, aber... Oh, ich fahr 80, Leute. Ja, du kannst gleich noch mehr fahren. Naja, vorne kommt wieder in die Steige. Ich glaube, ich träume. 80 kmh. Im Renault. Renault. Oh, da kommt irgendwas von hinten. Irgendwer will seinen ersten Platz wieder zurück, glaube ich. Blamme. Achtung. Blamme. Oh. So Running Gags hier. Was ist eigentlich mit Daniel Brigitte? Weiß ich, wo der ist. Ich glaube, der musste mal den Motor wechseln oder sowas. Okay, danke für die Info. Yo, bitte. Weiß gar nicht, was das für eine Info war, aber... Heilig hat irgendjemand gesagt, wann das Video morgen kommt. Achso. Wer nur 700 Meter entfernt und dann geht er weg. Jawoll. Ich habe einen Chip angemacht, weißt du? Ich habe einen Chip angemacht, weißt du? Ja, passt. Und nicht mal zu deinem Tag. Was? Muss auch mal ein bisschen aus der Reihe tanzen. Äh... Macht ja nur Spaß in diesen ganzen Gewusel. Danke, ein Crash. Achtung. Oh, da hat sich bei der Tanke ein Crash ereignet. Aber ich kann jetzt nicht langsamer werden. Oh, hier ist eine Baustelle. Wäre die bei euch auch da, oder ist das... Ja, das ist random. Wir sind da in einen Patch da gegangen. Ja, da kann man fahren. Man wird da alle aufreden lassen. Danke. Geht irgendwer im Graben? Hm. Boah, das war knapp grad, die da... Absolute Fahrkünste hier. Oh, jetzt verreckt er der Renault. Okay. Jetzt... Jetzt ist hier irgendwie freie Bahn, jetzt ist gar keine mehr bei mir. Mhm. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt seid. Ja, ich bin noch vor dir. Also sprich, wenn du weiter rammelst, kommst du dann wieder an mich ran. Ah, okay. 400 Meter. Hm. Aber wenn du in der Steigung ne Motorfehlfunktion hast, dann hast du es auch geschafft, glaube ich. Oh! Alter! Wie schnell die einscheren. Wie knapp die einscheren. Ja, 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 ja. Absolut Wahnsinn. Die kannst du eigentlich gleich überholen aus der Fahrerkabine dreschen. Denk macht man eigentlich, wenn dich einer überholt. Der will reichen, dann gibst du eigentlich kurz Lichthube, um den zu signalen. Ah, ja, ist bestimmt wieder... Ne, ja, doch. Könnte einer sein. Ist auch jetzt nicht das Ziel. Besser ist das. Boah. Boah. Bahn ja, ne? Wie die bitte... Oh! Was ist das denn für ein Hyopiler vor mir? Fahr doch mal schneller. Ja. Ja, es geht gerade nicht schneller. Geh auf den Gas. Ah, komm. 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 Fahr, fahr. Oh, nee. Jetzt muss ich bremsen. Danke für nichts. Ja, danke. Herzlichen Glückwunsch. Bitte. Gleich steig ich aus, weißt du? Jetzt, Jungs. Gleich steig ich aus, Junge. Das möchte ich sehen. Road Rage hier. Gleich steig ich aus. Solche Leute liebe ich ja. Danke für nichts. Ja, kein Problem. Hast du doch selber zuzuschreiben. Dich überhole ich heute noch. Ja, mach das mal. Ich hoffe, da kommt jeder von vorne und du rammelst voll in den Rhein. Er hat den ganzen Tag gespielt, sein Auftrag aus den Nichtern, bricht ein Tränen aus, ja. Das hoffe ich. Und den seht das Spiel. So. Ja, genau. Ich hoffe, dass keiner kommt. Da gibt es erstmal eine Ehen-Sterne-Bewertung dafür. Äh, Pasta hat das wieder hier. Jetzt geht er wieder im Flow los hier. Kommt der wieder voran jetzt hier? Ja, ich musste kurz... Hey, Renni, was macht die Kunst? Äh, ich musste kurz eine Gefahrenbremsung einleiten, weil hinter mir einer eingeschlafen ist auf der Hupe. Der hatte scheinbar einen Herzinfarkt. Ah, okay. Hast du Mund-zu-Mund-bearbeitet, Renni, was macht die Kunst? Bitte? Sehr freundlich. Wir können ja auch alle überholen, wenn ihr schneller seid, ne? Aber müsst halt aufpassen. Aufpassen, ne? Ich bin wilder. Abgehoben. 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 Jajajaja. Blitzüberweisung, Blitzüberweisung. Schöne Lache, gefällt mir. Ach, äh. Jetzt ist es vom Vorteil, dass wir langsamer fahren, weil da müssen wir auch nicht so lange an Bahn übergangen werden. Ja, der blinkt nur, aber die Schranken gehen nicht runter. Was ist hier los? Ja, Moment. Wenn's weiß blinkt, rüberfahren. Wenn's rot blinkt, rüberfahren. Achso, okay. Jo, wir fahren weiter. Jetzt blinkt's rot. Willst du mich verhält? Ja, jetzt. Bleibst du bitte stehen. Also du hast nicht mehr Zeit, da rüber zu gehen. Entschuldigung. Firmels Transporter, sorry. Cool, dass da so ein Pilotcar die ganze Zeit vor dir fährt. Jo, jo. Echt mal. Das ist nett. Warum fährt er nicht vor mir eigentlich? Weil... Oh, 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 oh. Ciao, auf der A3. Was? Fahren Sie weiter, fahren Sie weiter. Ich hab nix zu sehen. Ja, große Scheiße. Und zwar, großer Stau. Ja, hier ist große Scheiße passiert gerade. Also alle nicht solche Worte vor 22. Alle nicht solche Worte vor 22. Außerdem war das nicht ein anderer. Was ist mit euch eigentlich? Ja, das stimmt. Ja, die haben wieder scrollet, wer jetzt auch was ist. Da sind so viele Details. Au! Okay, dann lassen wir das jetzt. Themawechsel bitte. Ja, Themawechsel, ja. Guck mal, deine Windel. Ja, die ist auch voll oder was. Die riecht bis hier. Boah, jetzt kommen die Erwachsene-Sprüche hier. Ach, du hörst das jetzt auch schon alles? Ja. Ach, hier ist was los, Alter. Na, denk dran. Ne. 37 Player hier. 37. Ja, aber was machen die alle hier? Es war doch Spaß gemeint alles hier. Ich bin selber am Lachen hier wie Sau. Ja. Ja. Ja, das freut mich. Beruhigend. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber... Aktuell ist Bahnübergang offen. Aktuell ist Bahnübergang offen. Alles wie lange. Das nennt ich Maschinen-Gegenverkehr, ja. Ja. Vorsicht, hier vorne wird's jetzt im Allgemeinen langsamer. Ich drehe aber grad schon voll durch. Wie stehen die hier? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, ja, das musst du auch nicht verstehen. Normalerweise darfst du hier gar nicht stehen, aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das macht der Werner da vorne. Kam's gerade so über die Küppel, wa? Ja. Wahrscheinlich jetzt müsste ich auch noch schalten. 22, 1, 20, 20. Ja, 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 25, 20 jetzt. Du müsstest eigentlich gebackt haben. Alter, hier kommen die Leute von zwei Seiten. Links und rechts. Ja, das ist immer perfekt. Dann ist es wieder so weit. Das ist der Jackpot. Gleich haben wir wieder Weihnachten hier, Jungs. Gleich haben wir wieder Weihnachten hier, Jungs. Jo, genau, genau, genau. Wir sind einfach am Saufen. Ja, einfach fort. Oh, Tobi, du Arschloch. Guten würd ich mal sagen. Hey Tobi, du Arschloch. Jetzt geht's wieder los, Erdo. Tobi. Gut, endlich geht's los. Gut, dass wir vorbei sind mit der Folge heute. Hallo Ansgar. Ja. Ja. Ja, Randy. Ja. Ja, Randy. Das wollen wir dir unten, dumme. Sau. Was? Alles kann machen. Oder was? Wohin müssen wir denn jetzt Randy in Duisburg, ne? Ja, gerade. Einfach geradeaus. Du kannst nicht. Jo, vergiss es. Vergiss es. Wann geht's denn mit der Apportion los? Wobei. Ja, meine Freunde, wir sind erstmal fertig für den Part hier. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und bei Herrn natürlich vorbeischauen. Bis dann, tschüttelü. Tschüss. Tschüss.